Moin Leute und Herzlich Willkommen jetzt endlich zu meinem Video über Full Force 2019. Ich sehe die Kamera ist gerade ein bisschen... Jawoll. Ähm, ja, mein erstes Force, ich hatte euch ja schon mit einem kleinen Video angeteast, aber mir ging es halt gar nicht gut. Ich hatte sogar gestern beim Husten Schmerzen in den Rippen. Also, man kann sagen, ich habe das Festival sehr, sehr genossen. Und in diesem Video möchte ich, zumindest in diesem allerersten Video schon mal dazu... Möchte ich darauf eingehen, wie wir die ersten zwei Tage so erlebt haben, was für Andenken wir uns haben sichern können. Und einfach mal allgemein über das Festival zu reden, so gerade auch im Vergleich zum Rock am Ring, wo wir ja vorher waren. Wie es halt einfach so war, wie es mir so gefallen hat. Und, ähm, joa, ich würde sagen, legen wir mal los, wa? Das Wohlstands Force war vom Freitag bis Sonntag, der 28. bis 30. Juni. Ähm, ähm, Donnerstag war Anreiz, die sind, glaube ich, sechs Stunden gefahren. Also, äh, nur damit wir gleich schon mal klarstellen. Ich war da zusammen mit meiner, äh, Arbeitskollegin und Freundin und deren besten Freundin. So, wir haben ja schon mal, äh, soweit, äh, die Ebenen erklärt haben. Sie ist gefahren, also meine Arbeitskollegin ist gefahren. Und ich glaube, wir haben zwei Pausen eingelegt, weil, ja, und dann war auch noch Stau, also ist alles ein bisschen beschissen. Wir sind auf jeden Fall dann in die Straße eingebogen, wo es auf den Zeltplatz ging. Wir haben einfach von ganz weit hinten so eine riesen Staubwolle gesehen, die einmal übers ganze Land rüber zog. Äh, erster, ich habe gedacht, wird hier schon dick, fett, äh, meh gedroschen oder? Oder, meh gedroschen, vor allem, haha, ich kann es auch nicht mehr alle, äh, irgendwelche landwirtschaftlichen Sachen da auf dem Feld, die da gerade als Acker rumflügen oder so weiter. Aber nee, das war der Campingplatz. Da sind ja die ganzen Autos, die in der Schlange standen, um dann irgendwann zum Campingplatz zu kommen, total gestört. Wir haben nachher, also wir sind auf jeden Fall auf das Gelände rauf und es waren, glaube ich, zwei Reihen. Das ist wie bei so einer Achterbahn, kann ich euch das vorstellen. Dann werdet ihr auch so mehrfach durchgeschleust, damit einfach mehr Platz da ist. Und genauso war das da auch geregelt, dass du einfach zwei Reihen hattest, wo du einfach langfahren konntest. Wurde nachher nochmal abgeknickt in die andere Richtung. Und dann gab es zwei kleine Eingänge, wo du, wo halt kurz kontrolliert wurde, ob du deine Tickets hast, ob du dein, äh, Parkticket hast. Solche Sache. Das war auch das Einzige, was kontrolliert wurde. Also uns wurde nix abgezogen. Irgendwie Glas, oh, böse, böse, böse. Äh, gut, wäre jetzt schon schlimm gewesen. Wir hatten uns diesmal drauf vorbereitet. Also wir hatten diesmal sehr viele Vorbereitungen getroffen. Äh, alles an alkoholischen Getränken hatten wir in, äh, ja, hier so, äh, Filzerflaschen abgefüllt. Äh, deswegen, also wir hatten gar kein Glas dabei. Zudem. Aber ich hätte scheinbar Glas mitnehmen können. Es wäre da scheißegal gewesen. Festivalgelände ist natürlich Glas verboten, aber anscheinend auf dem Campegelände juckt das keinen. Wir stehen auf jeden Fall in dieser Schlange und es war schon am Donnerstag sehr, sehr warm. Es war wirklich warm. Und, äh, haben dann irgendwann einfach die Fenster runtergemacht, weil die Klimaanlage nicht so den Job getan hat, den sie hätte tun sollen. Ja, Staub. Fenster runter. Nja, das Auto sah, das Auto sah nicht so schön aus. Sowohl außen als, er sah außen aus wie innen. Es war nur am Stauben dort. Es ist unfassbar gewesen. Ja, äh, großer Vorteil auf jeden Fall schon mal da von dem Campinggelände ist, dein Parkplatz ist der Campingplatz. Du musst nicht wie bei Rock am Ring eine ganze Fuhre dann irgendwie noch über 5 Kilometer schleppen, sondern du suchst dir halt einen Platz auf, wo viel steht. Stellst dein Auto davor, schmeißt deine Sachen dahin und dann ist das deins. So. Und wenn halt du merkst, oh, wir brauchen noch was, dann gehst du halt kurz eben die 2 Meter zum Auto zurück. Also es war wirklich, wirklich cool und ich hatte halt, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Vorbereitungen drauf. Ich hatte diesmal einen 5 Liter Wasserkanister dabei, den ich vorher voll gemacht habe, welcher sich als wirklich sehr, sehr nützlich herausgestellt hat. Ähm, wie ich hatte diesmal einen Tisch mitgenommen, so einen billigen Alu-Tisch, damit du was draufstellen kannst, auch sehr, sehr gut gewesen. Und, äh, ich glaube, die wichtigste Investition war ein Pavillon. Ich habe so ein 25 Euro Pavillon gekauft, mit 4 Schnüren festgebracht, weil das, äh, 2 Tage doch schon etwas windig wurde. Und, äh, ich glaube, ohne den wären wir dort verreckt, weil es war verdammt heiß. Und unter diesem Pavillon zu sitzen, also wir hatten halt die Möglichkeit, uns zu sonnen oder halt unter Pavillon zu entspannen. Das war super. Ähm, ich habe übrigens viel zu viel Bier gekauft. Ich habe, ich habe irgendwie zwei Paletten vor Plus gekauft, also irgendwie 8, 40 Dosen. Ich habe immer noch eineinhalb Paletten. Weiß gar nicht, wohin mit dem Zeug. Wisst ihr was, ich trinke das einfach während des Videos. Ah. V Plus bei Rix, wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Ja, was, ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Ich habe so viel davon. Muss mein Eltern mal was abgeben. Mein Vater, also, das Ganze wächst, das kann mein Vater kriegen. Aber das V Plus, das behalte ich erstmal. Etwa haben wir uns da richtig schön gemütlich gemacht. Und, ähm, haben uns auch irgendwie direkt heimisch gefühlt bei unseren Zelten. Das von meinen Abos kriegen war direkt schon kaputt. So ein 20-Euro-Zelt von Aldi, ne, würde ich eventuell nicht empfehlen. Mich für mein 58-Euro-Zelt auslachen. Welches aber dann nachher, ja, das hielt immer. Wisst ihr? Man muss halt mal ein bisschen was investieren. Ja, wir haben auf jeden Fall den ersten Tag halt schön auf dem Campinglände verbracht. Haben uns dann noch nachher Dings gespielt hier. Ich habe noch nie. Dann haben wir uns da richtig heftig Hande gegeben. Direkt auch noch ein paar Leute kennengelernt, was man auf so einem Festival bzw. Campinglände immer macht. Man lernt ja unfassbar viele Leute kennen, die sich am nächsten Tag nicht mehr an dich erinnern können. Du dich aber an sie. Ja, auf jeden Fall war das schon ein sehr, sehr cooler Campingabend. Also ich fühlte mich dort genauso heimisch wie auch schon beim Rock am Ring. Nun hatten wir halt diesmal den Vorteil, wir haben auf einer Ebenenfläche gecampt und nicht mehr an einer Schrägen, als ihr das Video gesehen habt vom Rock am Ring. Wenn nicht, nochmal nachgucken. Ja, und halt dieses mit dem Auto, das ist halt schon ein wirklich großer Vorteil, wenn das Auto halt gleich um die Ecke steht. Falls irgendwas mal ist. Und so ging ja Abend halt dran. Ich habe mich dann nachher voll so ins Zelt gelegt und morgens, was machst du, wenn du morgens aufschießt? Genau, machst du erstmal ein Döschen auf. Sehr schön. Dann kam auch schon der Freitag. Und das Line-Up vom Freitag war, das war schon krass. Also die letzten zwei Tage kamen da auch nicht ran, weil es einfach so unfassbar viele Bands gab, die wir sehen wollten und feierten. Das war schon, also das war auch mit der heftigste Tag direkt am Anfang. Gleich als allererstes um 14 Uhr spielte schon eine Band, von der ich gerade erst weiß, dass es sie gibt, dessen neues Album ich gerade übelst feier und die jetzt schon live sehen zu können. Das war auf jeden Fall sehr cool. Definitiv. Keine Frage. Festival Geländer an sich war übrigens auch sehr, sehr gut gemacht. Also erstmal hier Stadt aus Eisen, hier mit diesen ganzen Bergbaugeräten, Baggern und so weiter. Das hatte schon vom Setting her richtig viel. Also der Rock am Ring ist da halt echt ein Scheißgegner, da bist du halt so ein bisschen auch so, ne ne. Aber also die Kulisse und die Atmosphäre auf diesem Festival, die war schon wirklich was Besonderes. Es gab drei Bühnen. Einmal die Seebühne hinten am Badestrand. Da, äh, und so halt während da auf der Bühne die Post abgeht, äh, dich, äh, ins Wasser begeben oder auf dem Sandstrand Volleyball spielen und sowas. Also auch sehr, sehr cool. Äh, die Mad Max Stage, also die Main Stage, wirklich ne, sehr, sehr große, in der Mitte steht auch so ein Bagger. Äh, ohne Wellenbrecher. Das ist ganz wichtig. Rock am Ring, so ne, so ne Scheiße mit diesen Kack Wellenbrechern in deiner Mitte, gibt's beim Full Force nicht. Aber es ist, ein Full Force ist auch nicht so riesig. Muss man dazu sagen. Aber die Main Stage war, ich würd's sagen, die war so groß wie die Becks Crater Stage auf dem, auf dem Rock am Ring. Also die mittelgroße. Deswegen war das alles gleich schon wieder viel, viel besser. Weil, äh, auch ne ganz wichtige Sache ist, wenn du ne Band sehen wolltest, dann hast du die auch gesehen. Wenn du auf die Uhr guckst und sagst, oh, in 10 Minuten spielt jetzt Band XY, dann bist du zu der Stage gegangen und hast dich ganz vorne hingestellt. So, fertig. Da gab's kein Gedränge, kein Geschubste, kein Nix. Also, also am Anfang, also nachher schon, wenn's Konzert losgeht, ne. Aber halt davor nicht. Und so hatten wir halt immer die Möglichkeit, ähm, die Bands, die wir auch wirklich unbedingt sehen wollten, auch wirklich von ganz vorne zu sehen. Und, ja, definitiv nochmal fetter, fetter Plusprogramm, das Festival, ultra cool. Und gegen Ende, ja, kurz zwei, zwei Minuten vorher füllt sich der ganze Laden dann und dann geht's halt ab. Und dann gab's noch die, äh, Hardball Stage. Die war in so einem ganz großen Zelt. Direkt am Eingang. Wenn du ins Festival reinkommst, sofort klick, abbiegen, bist du sofort da. Und dort hat halt Groove Venom gespielt. Die haben jetzt das Album rausgebracht, äh, wir müssen reden. Wir müssen reden. gar nicht gesagt, Spotify hatten wir die mal irgendwann in die Release-Raladliste gepackt und, boah, feier ich das Album. Das Album ist so gut. Boah, das ist so richtig gut. Und die dann live zu sehen, das war schon, also, ich hätt die gern live gesehen. Also, komplett live. Aber, wir hatten da ja mit der besten Freundin, meinen Arbeitskollegen, so einen kleinen Widerhaken an der Beine. Eine Stunde vorher hab ich Bescheid gegeben, weil, ey, Leute, wir müssen langsam mal los. Und dann fängt die an, sich zu schminken. Auf dem Festival. Mit allem. Mit hier, mit dem Liedstrich ziehen, Wing, ein bisschen Puder und so, ein bisschen Haare kämen und... Man merkt, dass das ihr erstes Festival war. Ich glaub, die hat das noch nicht so ganz verstanden, wie das da läuft. Sich hübsch machen ist... Kann man machen, definitiv. Dann auch früher. Aber wer achtet dort darauf, ob du gut geschminkt bist. Besonders, wenn da ganz viele Frauen oben, ohne oben gelaufen sind. Ohne Kleber. Ne? Also, hier nix abgeklebt oder so, sondern... Na gehsch. My friends. Gut, ich hatte leider kaum Zeit, da hinzugucken. Da guckst du mal kurz hin und denkst dir so... Oh! Nice. Aber dann bist du wieder mit dem Gedanken vorne an der Band oder am... Ne? Deswegen... Männer liefen da auch nackt rum. Ne. Ne. Ja. Alle viele Penisse, die ich auf diesem Festival gesehen habe. Aber es war auch egal. Auf jeden Fall haben die um 14 Uhr gespielt und wir waren, glaub ich... 10 oder 15 Minuten später dran. Ich war sichtlich angenervt, weil... Die wollte ich unbedingt sehen. Hab sie auch gesehen. So ist es ja nicht. Aber da war die Stimmung halt... Ne. Erster Tag, dann noch zu spät. Komm, da ist die Stimmung... Nicht in Feierlaune. Das heißt, ich konnte zu der Band leider nicht ausrasten, was ich... Sehr, sehr bedauere. Aber vielleicht gibt's da nochmal... Ne andere Möglichkeit... Die Band zu sehen. Was ich übrigens auch sehr, sehr ärgerlich finde. Ich hab einfach viel zu wenig aufnehmen können. Das Festival war einfach viel zu krass, als dass ich da die ganze Zeit mit meinem Handy stehen will, um die Bands zu filmen. Ich wollte halt einfach mitmachen. Ich wollte zu meinen Lieblingsbands, wollte ich halt einfach richtig mitmarschen. Und das hab ich dann auch getan. Das heißt also... Ja, viel zeigen machen kann ich hier leider nicht. Aber... Ja, ihr könnt auch auf Arte Concert... Könnt euch alles angucken. Jede Band, die ich hier auch erwähne. Und könnt mal versuchen, ob ihr mich findet. Also ich hab mich hin und wieder gefunden. Und meine beiden Begleiterinnen waren eigentlich konstant zu sehen. Wer weiß. Vielleicht erkennt ihr sie ja. Will ich mal nachgucken. Arte Concert... Keine Ahnung was. Äh, Full Force Festival. Und dann einfach mal die ganzen Bands durchschauen. Hammer. Nach Groove Venom kam ein... Äh, kam Landmarks. Landmarks waren, äh... Äh, die find ich ein bisschen geil. Wenn ich ehrlich bin. Wir haben aktuell zwei Alben draußen. Beide kenne ich in und auswendig. Beide feier ich unnormal ab. Und, äh, dementsprechend ging es dann danach auch richtig, äh, zur Sache. Volles Brett mitgeschrien, mitgemosch, mitgedefft, gewollt. Äh, den Quartz-Erlack. Ohne Witz, dass wir arbeiten, ne? Die ganzen Crowds-Helfer da rüberhiefen. Alter, ich sag's euch. Meine ganzen Oberarme tun weh. Und halt von dem rumgemosch. Und natürlich auch alles an Knochen, was mir so im Körper noch geblieben ist. Ähm, aber Landmarks live. Und die sind demnächst bei uns im Ort. Auf unserem kleinen Mini-Festival. Sind die auch vertreten. Äh, ist aber, ne? Jetzt geht's aber los. Ja, die haben eine übelst krasse Show gemacht. Richtig Stimmung. Hat so Bock gemacht, bei denen herumzusuppen. Übrigens auch an der Hardball-Stage. Also, ich glaub, vier Bands haben wir an dieser einen Stage sehen können. Deswegen, äh, das war hart. Das war wirklich hart. Und, äh, ich hab das große Glück gehabt, als ich das Plektrum von einem der Gitarristen bekommen habe. Also, das benutzte. Äh, ich hab schon überlegt, ob ich den Mund nehme. Und ein bisschen ablecke. Ha, 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 ha. Aber ultra krass, dass ich das bekommen habe. Äh, auch sehr witzig. Er wirft das so. Ich seh das. Äh, irgendwie so im Augenwinkel, wie irgendwas Gelbes auf meinem Boden landet. Ne? Äh, greift danach. Und auf einmal kommt irgendeine... Boah, an. Und will mir das aus der Hand schlagen. Und ich hab gedacht, das wäre eine von meinen beiden Damen gewesen. Ich so, ey, nicht. Ich bin's. Ne? Dann hat sie auch davon abgelassen. Ne? Ich wollte das dann versuche, irgendwie hochzunehmen mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln. Dann tritt die Aldi mir das in so eine Kuhle rein. Boah. Da war ich auch ein bisschen salty, das sag ich euch. Hab's da aber halt rausgekriegt. Und, ja, eins der, glaube ich, krassesten Erinnerungsstücke überhaupt. Full Force, direkt Plektrum. Also, ich hab noch nie ein Plektrum bekommen. Oder gefangen von der Band. Also, ich stand jetzt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deswegen, das ist schon richtig geil. Das rahm ich mir irgendwie ein oder so. Äh, hammergeil. Und dann kam auch schon, äh, eine Band, auf die sich meine Arbeitskollegen sehr, sehr gefreut hatte. Äh, To The Rats and Wolves. Das sieht wahnsinnig geil aus. Tut mir nur bitte, oder uns bitte eingefallen und auch euch. Sollte jemand hinfahren, helft ihm auf. Okay? Tut mir den gefallen. Ansonsten habt Spaß! Der nächste Song heißt Riot. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Ding ist, ich kenne die Band. Das ist nicht das Problem. Aber ich habe die nie verfolgt. Aus keinem besonderen Grund. Ich kenne nur ein einziges Lied von denen. Young Used Waste heißt das, glaube ich. Da bin ich nicht drauf fest. Richtig geiler Song. Also ultra cool. Wenn man sich den Song jetzt heute so anhört, haben die neuen Frontsinger gekriegt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall haben die schon ein paar Alben draußen. Drei Stück meine ich sind das aktuell. Das aktuelle heißt Sheep Love. Das war auch ihr Eröffnungssong. Das konnte ich natürlich filmen, wie ihr sehen konntet. Da konnten meine beiden Damen dann auch schön zu abeskalieren. Deutschsprachige Band sogar. Wusste ich nicht. Aber hey, geile Sache. Und hier muss ich auch einmal ganz klar sagen, wie unfassbar menschlich die Jungs von To The Reds involved sind. Während nach dem Konzert halt auch die 90% aller Leute auch gehen. Einfach mal gucken, was da sonst noch so geht. Kamen nachher die beiden Gitarristen nochmal an uns ran. Und haben noch ein bisschen mit uns gequatscht. Haben ein paar Bilder mit uns gemacht. Und haben uns allen ein, na, Plektrum geschenkt. Diesmal kein benutztes, aber überreicht von einem der Bandmitglieder. Ist das auf jeden Fall schon was Besonderes. Hier steht halt drauf, Sheep Love. Hinten To The Reds and Wolves. Und somit habe ich schon das zweite Erinnerungsstück. An einem einzigen Tag. Ja, geil. Also meine Arbeitskollegen haben sich am meisten gefreut. Die ist ja, die ist ja, ich glaube, sie ist sogar in Tränen ausgebrochen. Also gönne ich ihr auch von Herzen. Weil sie hatte bis zu dem Abend, bis zu den Seherstunden, noch nicht so viel Glück mit Plektrum, Fang und so. Und Leute abschlagen, weil der Gitarrist kam auch einmal, also der Voll-Tätowierte mit Cappy. Er kam auch einmal nachher auch wieder ganz vorne ran, hat da gespielt. Und ist halt auch die Reinse abgelaufen. Und hat dann ihre beste Freundin halt noch so einmal abgeklatscht. Sie kam wieder zu kurz. Er war auch schon leicht angenervt. War dann auch überglücklich, so ein Plektrum von ihm zu bekommen. Ich glaube, in den Arm genommen hat er sie auch einmal ganz kurz. Weil die sah halt echt mad aus. Daher habe ich ihr auf jeden Fall von ganzem Herzen gegönnt. Und damit ging ein zweites, großartiges Konzert zu Ende. Und danach haben Polaris gespielt. Wie groß hatte ich das auf meinem Kanal schon mal erwähnt, dass Polaris so ein bisschen geil ist. Wie alles anscheinend auf diesem Festival so ein bisschen geil ist. Aber die haben natürlich auch eine unfassbare Stimmung gemacht. Und haben gleich zu Anfang also mit meinem Lieblingssong gespielt, Lucid. Auf Wiedersehen. Ja, hab ich natürlich auch, also da hab ich alle Hemmungen fallen lassen, auch als ich nachher The Remedy gespielt habe, auch mein Zweitlieblingssong von dem Album und glaube ich ganz zum Schluss haben die noch einen ganz, ganz alten Song gespielt und zwar den einen alten Song, den ich übel übertrieben feiere, also besser hätte es eigentlich an dem Tag nicht laufen können, muss man einfach mal so sagen, es hätte an dem Tag nicht geiler laufen können. Ich glaube, ich hab mir da auch schon ein paar Brennungen zugezogen irgendwo in der Menge, es war halt, du musstest da einfach rein, du musstest da einfach rein. Man kann sogar, ich hab mir bei Arte Constance die ganzen Aufzeichnungen mal angeguckt, auch von Polaris und man kann halt, die beste Freundin von meinen Arbeitskollegen, sieht man da voll Headbang, also nicht so, wenn du genau hinguckst, sondern der Kameramann hält voll drauf, siehst du so ein Blondchen, was hier ist. Ah, das hab ich erst mal geschickt, so war das, jetzt ist sie erst mal im Keller. Wie ihr merkt, bis hierhin war das schon ein extrem geiler Tag und wir waren gerade bei der Hälfte des ersten Tages angelangt, dann sind wir nämlich endlich zu einer anderen Stage gegangen, weil da war langsam mal eigentlich durch und haben uns bei der Main Stage, also der Mad Max Stage, While She Sleeps angeguckt. Eine, jetzt werdet ihr überrascht sein, eine Band, die ich ziemlich geil finde. Ja, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich auf dieses Festival gehe. Wobei, eigentlich wusste ich nicht, dass dieses Festival existiert. Ich weiß es nur durch Ölgaming, mein Lieblingsglatzkopf, der mich nämlich gefragt hatte, ob ich da auch mit hin will, weil er da hinfährt. Und ja, nach dem Line-Up hab ich ja sofort ein Ticket bestellt. Jetzt war halt nur das Problem, dass er halt nicht da war. Aus, ich glaub, da gab's irgendwie Probleme mit seinem Ticket, irgendwie, der Cousin hat das Ticket und ich hab ihn gefragt, warum hat der Cousin das Ticket, warum hast du das nicht? Natürlich, auf jeden Fall konnte er nicht da sein. Er ist auch ziemlich mad wegen, kann ich mir vorstellen. Besonders, wenn er jetzt den Fehlermatt sich dieses Video anguckt, wie ich darüber rede, wie geil das Festival war. Ja. Dumm gelaufen, ne? Das Schöne ist, nach While She Sleeps hatten wir endlich mal Pause. Wir waren seit 14 Uhr da und endlich, ja, vier Stunden oder so, konnten wir endlich mal was anderes machen. Was trinken, was essen. Ähm, weil wir waren halt, bis dahin war halt das Line-Up so getaktet, dass du einfach konstant an irgendeiner Bühne standst. Äh, und dann haben wir uns erstmal, boah, gab lecker Pizza, gibt's da, es gibt, äh, richtig geile Pommes gab's an so einem Stand. Hm, da hast du so ne Pommes-Tüte und da oben so ne Schale dran, kannst du abknicken, kannst dann den Mayo da reinmachen und dann immer schön rein dippen. Richtig cool. Äh, ja, Alkohol gab's natürlich überall in Hülle und Fülle. Aber Alkohol hab ich mir auf dem Festival gar nicht gekauft. Wir haben uns am Campingplatz angetrunken und sind dann da rübergegangen, weil die Preise sind einfach, ja, nee, mach mal lieber nicht. Und dann, glaub ich, an dem Abend, das wirklich letzte Highlight war noch, äh, der Headliner Parkway Drive mit einer Show, die wirklich, die war wirklich richtig geil. Wir haben uns am Campingplatz angetrunken und dann auch, äh, der Headliner Parkway Drive mit einer Show. Ja, mit einer der Lieblingsbands, meine Arbeitskollegin, wäre natürlich ganz vorne gewesen. Damals war natürlich zu sagen, wirklich abgehend konntest du da nicht, weil wenn der Headliner auftritt, dann sind da Menschen ohne Ende. Es wurde halt wirklich auch gut hier zusammengedrückt, da war nicht mehr viel mit bewegen. Ich habe mir nachher einen geschnappt, der rechts von mir stand, waren sympathisch oder du, da haben wir nachher Arm in Arm und haben so gesehen unser Volumen ein bisschen erweitert. Und dementsprechend konnten wir uns da ein bisschen verteidigen gegen die anstimmenden Massen. Hat richtig Bock gemacht und wie gesagt, auf dem Festival, in der Menge, auf dem Gamingplatz, du lernst einfach neue Leute kennen. Und so habe ich halt einen gehabt, mit dem man ein bisschen rumbalgen konnte. Da war auch nachher noch ein Fremder da, der hat ein bisschen meine beiden Damen beschützt. Weil wie gesagt, das war alles ein bisschen Gedrängel und Gequetsche. Und der war ein bisschen kräftiger, war auch ein sehr sympathischer Typ. Mit dem habe ich mich nachher auch noch kurz unterhalten zwischen den Songs. So Hoffnung gemacht, so hier hoffentlich spielen gleich Wild Eyes und Dark Days, wie auch mal wieder cool. Deswegen habe ich mich nachher auch noch herzlich bei ihm bedankt dafür, dass er so gut auf die beiden Damen aufgepasst hat. Dass da niemand übermotiviert reinspringt. War super. War eine supergeile Show. Ich weiß nicht, wir haben im Bett, im Campinglager waren, wie drei Uhr nachts oder so. Und damit war der Freitag dann auch endlich mal um. Was heißt endlich? Ich hätte doch gerne noch weitergehen können. Aber wir waren dann schon ziemlich fertig, weil wir haben an dem Tag so viel gemoscht, geschrien. Geschrien, geschrien, dass auch unsere Stimme... Man merkte am nächsten Tag schon am Samstag, dass die Stimme leicht angeschlagen war. Bei mir hat man es vielleicht gemerkt im letzten Video, dass meine Stimme leicht arschig war. Aber viel zu machen. Das gehört einfach irgendwo dazu. Auf jeden Fall war das so die ersten zwei Tage, über die ich schon mal berichten wollte. Für die nächsten zwei muss ich mir noch was überlegen, weil es sind... Oder es wird noch ein Video... Ich muss mal gucken, es ist auf jeden Fall noch was richtig krasses passiert, weswegen ich mir auch diese Verletzungen zugezogen habe. Da ein andermal drüber. Bis dahin möchte ich mich aber erstmal fürs Zuschauen bedanken. Das Video soll nicht zu lang gehen. Das war so erstmal mein erster Eindruck von einem Tag Camping, einem Tag Festival. Es war unfassbar krass. Ich werde im nächsten oder übernächsten Video, je nachdem wie viele Fazit es geben wird, ein komplettes Fazit machen. Aber ich schätze mal, ihr könnt euch das schon denken. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, es war beim nächsten Mal wieder dabei. Gerne eure Meinung zum Festival. Falls ihr schon mal da was drüber hin wollt, in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Haut rein. Ich mache jetzt erstmal nochmal ein Gameplay, um ein bisschen Abwechslung hier zu schaffen. Denn ich habe mir ein neues Spiel gekauft. Nice. Nice. Nice.